Oh, ich hab's in unsere Wohnung. Ey, perfekt platziert. Wollte ich genau da haben. Ich hab' nur den Hackfleisch, äh, Hackfleisch, oh, Hackfleisch. Oh, toll, ich spore irgendwo in der Gegend und ich weiß nicht, wo unsere... Oh, ich schau grad mit dem Tisch zu. Verdammt! Oh, ich ver... finde unsere Wohnung. Jum, 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 komm mal. Nein! Ey, perfekt platziert. Ja, guck mal, sieht wirklich gut aus. Ja, wie 99 wurde zerstört. Alles klar. Oh, hier ist ein paar... Oh, hier ist ein Slime. Ich springe aber hin drüber. Au, ah, da nicht. Au, au, au. Ach man, Slimey. Jetzt reicht's, jetzt kill ich dich. Stabababababam. Ich hab sogar Hauswand gerade zerstört. Ähm, ja, das ist ja auch nicht so toll mit dem Holz. Das ist ja auch schön gemacht. Ich kam dazu noch nicht wegzumachen. Wollte ich eigentlich, aber ich kam nicht dazu. Kommt noch alles, machen ruhig. Jaja, vielleicht wird alles an mir erklämen, ist klar, wie immer. Ja, natürlich, du bist der Putzfrau. Cool, ein Slime spawnt in unserer Mine. Na toll. Kommt schon hoch, will mich bestimmt angreifen, oder? Du machst so ne Wand kaputt, verdammt! Ich sag dir doch, unser Holzwand geht kaputt. Ich mach die da alle wieder geheimnis. Äh, Holzwand. Doch. Du bist auch nur am meckern, weißt du das? Ja, das weiß ich. Ich mach die viel schöner als... ...vorher. Ich glaub, unsere Wohnung ist ne Hoffnung zu der Fall. Oh, ich hab mein Holzschwarz... äh, Holzschwarz. Ich würd grad sagen, du hast grad dein Hammer weggeworfen. Es ist dark. Ja, endlich. Lass mich rollen! Wuh! Also die Nacht ist wirklich extrem, oder? Was schreib ich jetzt hier hin? Was? Hinschreiben? Auf mein... Ich weiß nicht. Ich schreib bisher was auf meinen Krabbstein. Gib. Ihn. Mir. Zurück. Und. Enter. Und. In der Nähe. Draufklicken. Bearbeiten. Sparen. Oh, wie schreibt man das nochmal? Äh. Nee. Wie schreibt... Das hab ich nicht so geschrieben. Warte. Ich rolle eh grad nicht. Wie hat das geschrieben? Ich glaub, ich hab grad schon ausgelacht. Was hast du hingeschrieben? Toll. Etwas, was nicht, äh, nicht mehr dasteht. Ah, egal. So, Markus, jetzt hab ich eine lange Treppe nach unten gezogen. Alles schön und gut. Aber jetzt. Gib mir mal so ein paar Trittteile. Bitte. So, was, wo? Ich hab grad, ich bin jetzt, äh, hab jetzt nicht nach unten gebuddelt. Das hätt ich mal gerne so eine Leiter halt. Ähm, meinst du? Verdammt. Und warum sind denn eigentlich die Steine? Weiß nicht. Also du meintest jetzt die Holzklappen, ja? Ja, genau. Die würdest du haben. Wie viel? Na, schon viel. Damit man auf jeden Fall weit runterkommt. Verdammte, Kacke. Ja, so 30 Stück, über 30 Stück. Die müssen ja reichen. Jo, ich baue hier. Ich baue einfach nach unten. Du platzierst die Teile einfach. Was? Oh, Mann. Du verlangst echt zu viel mehr. In der Mitte, würde ich sagen, oder? Darum hab ich extra 3 breit gemacht. Ja, danke für das Gespräch. So, ich war auch gerade mit Gedankenwanderung. Ich hab irgendwie gerade auch mal so die Vermutung, dass, äh, du weißt schon, wer gerade immer in mein Zimmer reingestammt kommt. Tobi. Der, der nicht, aber halt. Oh, ja. Könnte werden auch bald passieren. Sind sie alle? Ne, gut. Nein. Moment, man kann sich auch ohne Dings welche craften. Ohne Workbench. Workbench. Craftentable. Verdammt. Wie weit geht das hier verdammt nochmal runter? Oh, ich hab das Feldfeld gefunden. Hast du? Drei. Ja, hier. Man, du konntest schon mal weiter nach unten buddeln, denn. Ja, cool. Nein. Nein, ich brauch Strom. Strom? Stromquelle, Stromquelle anschließen. Ach, für deinen Laptop? So. Laptop. Oh, Mann. Klauschwein! Er kommt. Eisen! Wir haben Eisen! Die Worte, 16 Minuten, Worte wohl nur aushalten, oder? Ich hab das, äh, schon angesteckt. So. Ich hab das Gefühl, dass es keine, ähm, oh, wie nenn ich das jetzt? Haltbarkeit gibt. Für was? Für Werkzeuge. Ich sehe keine Haltbarkeitsanzeige. Das find's jetzt gut oder schlecht? Ja, weiß nicht, ja. Gut, schlecht, beides. Ich mein, es nimmt halt. Das ist ein bisschen doof. Es war besser, wo man sich immer selber craften musste. Naja, wie man's nimmt halt. Ich find sowieso, es ist vorbei beim Modus immer. Also, es macht schon Spaß. Haben wir jetzt schon Steine... Entschuldigung. Haben wir jetzt schon Steine gefunden? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier endlich in der Steinebene sind. Was siehst du mal? Oh, das sieht mal jetzt aus. Aber siehst du mal, wie tief das Ding geht, ja. Ja. Und da hast du euch Eisen da noch. Und wieso kann ich eigentlich immer sehr, sehr selten irgendwie welche Fak-Inflationen? Liegt das auf mir, oder? Gucken, vielleicht finden wir jetzt mal Eisen. Also, Eisen soll, glaub ich, selten sein. Hier ist so, äh, hier ist so nur Eisen. Hier, wo ich hier abbaue. Ja, das ist Kupfer. Nein, das ist Eisen. Mann, Robin! Was denn? Du hast mich die ganze Zeit verarscht. Das ist Eisen, steht da drauf. Ja, ich weiß. Aber du hast vorhin die ganze Zeit gesagt, ja, es gibt kein Ding, blieblablub. Blieblablub? Doch, Stein! Nein! Okay, okay, bevor wir erstmal unter Tage gehen, tun wir uns um andere Dinge kümmern, weil unter Tage ist es bis jetzt irgendwie noch. Da wir noch nicht so wirklich viel wissen drüber, äh, uninteressant kann man sagen. Lass uns erstmal was bauen. Schön, 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 schönes Bauen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Auf dem Dachboden kann man auch was bauen, mal gucken. Ja, aber apropos Dachboden, ich mach da erstmal ein paar Wände rein, ja. Schüssel? Warum kann ich jetzt mal was anderes bauen? Rosa Vase? Hä, wieso kann ich das jetzt und nicht vorher? Oh mein Gott, versteh einmal, weil du jetzt gleich Steine oder sowas hast? Für ne Vase, Stein. Na, achso, du hast da Leben abgebaut unten. Ich hab auch keinen Ort. Ich kann mir jetzt Eisen bauen machen. Schauen wir jetzt mal Eisen bauen. Ich will ne Vasen platzieren. Oh, ich hab elf Eisen bauen. Cool. Warum mach ich verdammt nochmal hier zu viele Vasen? Achso, war nur eine. Hier, ich mach jetzt mal ein Eisen am Boss. Und dann können wir, ähm, wird verwendet, um Items aus Metallbohren Haarzustellen. Hä? Wieso kannst du sowas bauen und ich nicht? Achso, weil du Eisen abgebaut hast. Oh, ich verstehe eigentlich alles. Ich hab was, ich hab ne Linse. Eine Linse? Ist vielleicht sowas wie so ein, ist vielleicht sowas wie so ein Diamant, was ganz wertvoll ist. Ich mach die, das, das, das... Ich glaub, er ist von den fliegenen Auge. So, jetzt kann ich eine Toilette craften, verdammt. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann Eisen und eine Toilette craften. Nein, ich hab eine Toilette, ich hab ne Toilette gecraftet, Mist. Warum? Jetzt sind da Eisen alle. Scheiße, das war nicht mit Absicht. Ich hätte vergessen, wenn die Toilette aus Leben wär, aber aus Eisen, hä? Okay, wo soll ich sie hin machen? Mach mal hier hin. Oh Mann, Robin. Hier ist unsere Toilette. Da. Du bist krank. Aber ich hab da auch Eisenerz hier. Robin, da, ich hab dir Eisenerz. Ich hab die Toilette abgebaut. Irgendwie komm ich trotzdem nicht klar mit den Öfen und, äh, alles. Ey, warum gibt's eine Toilette, verdammt? Ja, warum nicht? Guck mal, wie das aussieht. Sieht doch interessant aus. Ja. Sehr interessant. Also, ich find's gar nicht... Ich kann ein paar Kupferbauen machen. Fünfe. Jetzt hab ich sechs. Aber erst mal... Ich... Warte jetzt mal... Mh... Ah ja. Bände. Hölzwand. Vorsicht, Slimey-Kund! Lass die Tür so. Danke! Dass du mich hier in den... Totschickst. Sorry. Aber ich wollte jetzt was machen. Ich konnte nichts dafür, dass gerade ein Slime in dem Moment kommt und uns hier die, 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 die Dings wegmacht. Ja, komm doch drauf. Warte mal, ich find das aber echt cool, dass man hier wieder so eine Wende ziehen kann. Das ist... So nude. Was du bei Minecraft ein bisschen doof findest, also was fehlt, find ich, dass man so eine dünne Zwischenwände sieht halt. Und dass sie nicht als Block platziert werden. Halt als... Halt als... Halt als Glascheiben. Ja, genau. Und sowas sind halt nur... Ähm... Aus Holz. Nicht, dass ich wüsste, dass es gibt, aber ich glaub, da gibt's irgendeinen Mod oder so. Keine Ahnung. Ah, ich hab... Ich hab mal... ...beziehungsweise mit Mods oder ähnliches könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob es sowas gibt oder nicht. Also, ich weiß es nicht. Also, ich hab... Also, ich weiß, dass es, ähm... ...dass zum Beispiel einen Regal-Mod gibt. Ich hatte auch mal seit langem mit Mods gespielt, aber dann... ...och schnell wieder aufgehört, weil ich den, welcher 1.0 hatte. Und dann kam auf einmal den 1.1 raus. Und dann, äh, jetzt ist er schon wieder 1.2. Ich darf da auch schon ein, zwei Dinge jetzt, äh, demnächst umstellen. Und Textur Pack und wieder Sound Pack und alles. Äh, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr. Naja, egal. Ich hab bloß Optifine drinne, mehr hab ich nicht drinne. Ja, die hab ich auch noch nicht drinne. Ich hab eigentlich... Ich hab vorhin mal kurz Minecraft gespielt. Ähm, ja. Aber ich... ...hag ich ja eigentlich nur gesehen, da ich halt nichts habe. Weder Welten, weder Textur Pack, weder... Und die Welten hast du ja wie gesagt ne Kopie, ja? Ja, ne Kopie hatte ich sicher, äh, hatte ich sicher gehabt. Die ist zwar ein bisschen älter, also... Vom, vom, vom. Warte. Es war jetzt sehr unprofessionell, äh... ...vom 22.01. Nee, jetzt im Ernst? Ja, vom 22.01.2012. Und wie, wie baust du die denn am besten so schnell auf wieder? Ja, indem ich ab da wieder anfange aufzunehmen. Jetzt im Ernst? Naja, äh... Ich, äh, ich hab vorhin kurz in die Welt reingeschaut, also... ...all zu viel... ...is nicht unbedingt. Wie gesagt, warum sollte ich eigentlich noch alles nachbauen, wenn ich's dann doch wieder live zeigen kann? Weißt du, was ich meine? Naja, also ich würd sagen, also an deiner Stelle hätt ich erstmal alles in Kreativhofs dann wieder zurecht gebaut. Der hätt ich dann danach... Wär, ein bisschen, wär's ein bisschen blöd fies und wie auch immer. Warum wär das fies? Dann hast du deine alte Welt wieder. Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es immer noch mal ne alte Welt. Es sind nur halt ein, zwei Blöcke nicht da, beziehungsweise ein, zwei Dinge nicht gesammelt. Wie zum Beispiel ein, zwei Diamanten hatte ich auch mal gefunden in der Zeit, aber... ...die sind halt nicht mehr da, man, ist ein bisschen argerlich, aber was sollt. Ich, ich argum, ich da hätt nicht unbedingt. Einer, ich kochste doch. Wir sollten demnächst mal, äh, äh, darauf achten, wie der Tag-Nacht-Syklus ist. Und du weißt, was ich meine? Du meinst der Wandel oder was? Ja, meinte ich. Womit denn nachher wir uns aufhören, oder wie? Na, ich bin, wie gesagt, gleich essen. Ja, ja, du sagtest ja, dass du dann gegen um sieben wieder ankommst. Oder war's um acht? Ja. Ne, um sieben. Womit denn da wieder aufhören, oder wie? Naja, na, gut, es kann sein, dass ich nachher auf Martin den... ...Minecraft-Server gehe. Gut, möglich, ich weiß nur nicht, ob der heute ankommt, aber wenn denn, wollten wir heute nur mal auf seinen Server gehen, das weiß ich noch. Martin, der neunzehn Uhr aufhört. Mann, lass ihn doch. Aber ich meine, er geht, er geht neunzehn Uhr offline. Meistens, oft. Meistens. Ich weiß ja nicht mal, ob du überhaupt in der Matschion bist. Ich schaue mal ganz schnell. Nein. Markus und du, ihr seid die Einzichten. Ja? Ich? Und? Markus und du. Oh, okay. Kannst du mal schreiben. Ja, ich schreibe mir jetzt, dass wir jetzt hier was aufnehmen. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich mache erst mal gleich einen schnippen Schornstein. Ich glaube, da wurde sich ein bisschen, ein bisschen ärgert, dass er sich bestimmt auch unter der Erde, dass er nicht mitmacht oder so, äh, mitmacht. Ach, ne, 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 ne. Sicher? Ja, was machst du eigentlich? Bis unten oder was? Ne, ich bin ein bisschen nach rechts gegangen, hab ein paar Bäume gefällt mir, jetzt soll ich gerade mal ein bisschen Stein abbauen.